hallo da draußen herzlich willkommen auf meinem kanal ich bin bert wolf und ich habe mir gedacht ich mache heute mal einen deutschen kommentar zu einem meiner replays so hier fahre ich die krim jaschi oder so ähnlich sprechen meistens falsch aus ein stufe 4 russischen zerstörer spiel gern zerstörer auf jeden fall weil für mich sind sie doch die entscheidendere klasse in den gefechten oder zumindest habe ich das gefühl dass ich damit am meisten ausrichten kann zu dem zerstörer er ist genau wie alle anderen russen hat er sehr gute ap munition allerdings ein vorteil im gegensatz zu den anderen tier schiffen auf der stufe der präse der russischen zerstörer hat dieses schiff wirklich brauchbare torpedos diese haben bei mir eine entfernung von acht kilometern und ja damit lässt sich schon einiges machen so wie wir sehen unser team hat drei zerstörer das gegner team hat nur zwei also sind wir da meiner meinung schon mal im vorteil vor allem wenn ich einen der zerstörer raus bekomme ich check nochmal hier lohnt es sich auf irgendwelche schiffe zu schießen ja das sind halt ein paar kreuzer wirklich torpedos wollte ich jetzt eigentlich nicht feuern da drüben habe ich eine fubuki aufgemacht wir sehen ich habe einen tarnwert von 5,2 auf dem schiff die fubuki ging etwas früher auf also der kerl hat nicht so auf tarnung geskillt jetzt gehe ich natürlich davon aus dass er in den nebel zurück fährt was er nicht unbedingt macht aber vielleicht schaffe ich ja die emerald die wird sich sicher jetzt im nebel verstecken wollen so ich habe mein nebel gezündet und vorher mal schön auf die fubuki die fubuki wird mittlerweile aufgeklärt von meinen kollegen dem anderen zerstörer der sich auf der rechten seite weil der sich unter mir befindet hier kann man sehen wie die anderen russen hat auch die krejatschi recht schnell feuernde kanonen die zwar schön treffen aber irgendwie keinen schaden machen ich meine dann wenn man es mal braucht machen sie keinen schaden was allerdings ein nachteil von den kanonen ist die kanonentürmen tränen sehr sehr langsam und da hatte ich gerade glück gehabt also ich hatte schon die emerald auf dem schirm und ich hatte schon überlegt ob die emerald torpedos in meine richtung abfeuert hatte gehofft dass sie außer reichweite ist und das war sie auch so der zerstörer ist raus da haben wir einen schönen kreuzer jetzt umgeschaltet auf die ap kann ich euch zeigen was die ap munition an zerstörern macht nämlich zitadellen so und kriegen wir noch eine gegen drüber und selbst diese eine getroffene ist eine zitadelle na gut schauen wir mal wenn die emerald auf der anderen seite raus kommt wird sie auf jeden fall noch ein paar zitades kassieren ja zwar nicht von mir und raus mit einer weiteren zitadelle im prinzip drei salben drei zitadellen das ist im prinzip ein russischer zerstörer gegen einen breitseite fahrenden kreuzer der zweite zerstörer des gegnerischen teams wurde mittlerweile auch rausgenommen wie wir da oben sehen können hat das gegner team keine zerstörer mehr wir haben drei das bedeutet eigentlich ist diese runde schon gewonnen es sei denn unser team ist komplett brain afk wobei wir spielen hier world of warships legends die hälfte der spieler ist meistens brain afk das wissen wir alle aber zum glück sitze ich an einem zerstörer und im zerstörer kann ich sehr sehr schnell auf alles reagieren was da kommt da ist ein pencil cola der möchte ich eigentlich nicht zu nah kommen und leider habe ich das auch unterschätzt da ist ich schon auf 5,2 km ran das heißt beine in die hand nehmen weg hier ich feuere nicht meine kanonen ab weil ich versuche hier außerhalb der aufklärungsreichweite zu kommen hier kassiere ich noch ein paar schöne treffe aber habe es geschafft ich bin nicht mehr entdeckt was sehen wir da drei wunderschöne schlachtschiffe oh das ist ein fest für zerstörer vor allem alle so schön nebeneinander leider alle ein bisschen zu schnell so dass ich keine torpedos durch durch die lücke da schießen kann allerdings was ich sehe die texas bremst ab ich schätze die werden alle abbremsen deshalb schicke ich mal ein set testweise durch die lücke vielleicht trifft es ja irgendwas man weiß ja nie was schlachtschiffe heutzutage alles machen ist sich hinter inseln zu verstecken deshalb gehe ich davon aus die bremsen ab um nicht unserem einen schlachtschiff da in die arme zu laufen so und jetzt kommt die lieblingsdisziplin der zerstörer torpedos nah an inseln vorbeischießen leute wenn ihr schlachtschiffe fahrt und ihr wisst da ist ein zerstörer höchstwahrscheinlich auf der anderen seite der insel bremst ab nein wirklich also das macht man auf jeden fall gerne einer der torpedos die durch die lücke ging hat übrigens die new york getroffen also auch da habe ich recht behalten dass sie abbremsen das set sieht eigentlich auch schon sehr sehr gut aus da rechts von mir ist noch eine nürnberg auf die sollten wir ein Auge behalten weil die nürnberg kann uns sehr gefährlich werden zwei treffe bei der wyoming plus wassereinbruch jetzt bin ich auch hier ein wenig zu nah ran gefahren aber das war kein problem da der nebel bereits wieder ready ist so wyoming hat wassereinbruch immer noch gut deshalb konzentriere ich mich mal auf die texas mal gucken ob ich ein feuer legen kann das wäre zumindest die intention und gleich ist das nächste torpedoset wieder ready dann kriegt es noch ein set torpedos um die ohren new york hat noch einen treffer kassiert oder war es wahrscheinlich new york hat einen treffer kassiert genau wyoming ist fast komplett durchs fluten gestorben das lösen wir jetzt mit einer HE salve die new york hintendran ist immer noch am fluten texas wird jetzt auch einen treffer kassieren ich habe einen weiten winkel von den torpedos gewählt weil ich dachte mir hauptsache mal einen treffen und mein nexus torpedoset ist ja dann gleich wieder ready und jetzt habe ich auch wieder etwas unterschätzt und zwar kommt gleich die nürnberg ich dachte sie würde hinter der insel vorbeifahren vor ich nehme hier gerade noch die new york raus ok nicht ich aber was die nürnberg gemacht hat sie ist nicht hinter der insel vorbeigefahren sie hat scharf gedreht vor der insel vorbei also meine intention texas mit torpedos raus und der nürnberg zeigen was für ap wir haben bumm texas ist ebenfalls raus schon dank wassereinbruchs und das beschert uns schon eine krake aber so geht es wenn so viele schöne schlachtschiffe breitseite zu einem fahren und man keine gegnerischen zerstörer mehr zu fürchten hat so das spiel ist gelaufen da hinten auf der anderen seite ist noch eine fuhr so 19 kilometer 17 kilometer entfernt die werde ich auf jeden fall nicht mehr kriegen ich habe noch fünf weitere teammates naja vier weitere teammates die in reichweite sind bis ich da bin ist die fuhr so auf jeden fall geschichte würde ich zumindest denken aber wir sind ja bei world of warships legends und vier schiffe kriegen ein anderes schiff auch nicht wirklich klein geschossen was kann man machen wenn man zerstörer fährt man fährt hin und kümmert sich selbst drum wie wir sehen können bin ich auch der einzige zerstörer noch in dem team irgendwie haben es die anderen beiden zerstörer geschafft sich töten zu lassen warum auch immer wie gesagt ich habe keine ahnung wie man das normalerweise schafft man ich sehe alle gegner bevor die mich sehen können also insofern kein grund aufgeklärt zu werden die fuße tritt ein ideal für mich ein set eng gesetzt ein set weit gestellt gesetzt ich habe eigentlich dachte ich brauche nur ein torpedotreffen meine teammates werden die schon unterschießen auch hier habe ich kein problem aufgeklärt zu werden die türme der fuße sind in die andere richtung gedreht und die secondary wird mich so nicht raushauen also da habe ich noch zu viel leben für bloß ein kleines feuer gemacht da kommen die torpedos und sie gehen vorbei nein einer hat getroffen das war die intention er hat ein flooding und ein brand und ist jetzt raus dank Wassereinbruchs 6 kills eine erfolgreiche runde in der krim jaschi das war es gewesen mit dem video ich hoffe es hat gefallen vielleicht spreche ich ja nochmal einen kommentar tschüss 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 tschüss